hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play dead by daylight wieder mit bei leute hier gibt es keine facecam und bei mir auch nicht scheiße ich hab einfach mein komplettes zimmer umräumt und da wo mein pc jetzt steht habe ich keine beleuchtung du wettbewerben neun ok ist nicht der körper er hat denn dann b wer hat es nicht gehört was passiert ich habe zwei mal ein generator in die luft geraten ach so vielleicht haben wir glückte auch killas mike es ist michael ok ich dachte schon der killer wäre nicht bereit weil er hat der tipp der abgestochen wurde es ist einfach mal eine schuld ja aber er gibt dann ein neues update wir haben schon eine längere pause gehabt ja eine lange pause eine zu lange pause einfach weil ich kein internet zurzeit mit 19 haha wegen des umbaus scheiße ich bin aber in der operierende meine nase juckt nase slav nase ist live ähm was sagen es gibt ein neues update und ich ich hab mir das jetzt auch mal geholt aber keine ahnung was jetzt da so ist es ist neuer killer neuer überlebender und was kann denn dieser mike meyer ja ich hab's heute mit den generatoren ne ja ey so du hast du hast die echt äh unter deine fittiche genommen ne ähm also ich kann dir mal sagen äh für die leute die es nicht wissen ich weiß nicht ob du den typ kennst ich weiß nicht ich weiß nicht also ich kenne den typen schon aber ich weiß was kann der 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 michael meyer der kommt so aus einem horror film ja das ist schon klar aber aber ähm oh 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 ich hör die musik ach halt musst du das ich weiß nicht wo der ist ich weiß nicht wo der ist aber was bedeutet das mit dieser musik ich glaub der ist ja in der nähe oder lädt irgendwas auf oder was weiß ich ja aber was kann er denn so tolles an spezialfähigkeit außer so tolle musik zu machen er kann sein messer wohl irgendwie aufladen ok ich mach dir einfach mal den generator weiter ähm übrigens der wird jetzt aufgehangen ja der hat er hat uns übrigens auch gesehen nein hat er nicht er hat nur dich gesehen der kommt übrigens Gott der geht lamsack der geht lamsack ich versuche jetzt den typen zu befreien nein 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 Vorsicht! er kommt! er kommt! er kommt! er kommt! er kommt! nein! Ich glaube ich schaff das doch nein ok hat er dich? hat er dich? Er hat mich, aber ich denke ihn ab versuche ihn jetzt zu holen versuche ihn zu holen beeilig ich hänge gleich ich hänge gleich am haken beeilig Er kommt! Hau ab! Ren weg! Fluchtplan Delta Alpha! Er verfolgt dich! Nee! Er verfolgt ihn zu verletzen. Komm, hol mich, hol mich, hol mich! Schnell! Warte! Warte! Go! Go! Gidget! Lauf! 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 Okay! Jetzt kommst du ver- Oder beeil dich! Ich bin heavy- Nein! 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 Die Morsi suck! Jetzt schon wieder eine andere Scheiße! Ich bin heute für alle Tode verantwortlich, kacke! Ich bin ganz weit weg, ich renne erst mal die ganze Zeit durch. Ich muss hier weg! Nein! Nein! Also okay, mach du einen Generator, ich probiere hier die anderen. Ich will mich erst mal heilen. Ich habe erst mal einen Koffer, ähm, eine Kiste. Keine Kiste. Eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Oh, schön! Bitte, 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 bitte. Nein! Okay, Werkzeugkopf ist auch toll, aber... Ich brauche Heilung. Kannst du doch schon wieder bei der Heiden. Oh, oh! Oh Gott, diese Musik! Ich weiß nicht, ob die random kommt, oder ob die in der Nähe ist. Ich glaube, auch random, aber das ist nicht gut für meine Psyche. Oh nein! Oh nein! Okay, ich versuche jetzt, äh, ich fange jetzt wieder an mit Generatoren. Ich habe eine Werkzeugkiste. Aufzustöhnen. premium. Ehm. Versuchst du sie noch sollen? Äh, nein! Alter, ich bin zu weit weg! Da ist wat mich gesehmetant! Nein! du musst leben bitte wir müssen uns treffen wir müssen uns heilen ja ich hab ich muss gleich weg können weil ich den generator fertig habe dauert nicht mehr lang nein nein komm ich mach den noch fertig okay weg hier nein ist er bei dir ich bin erstmal in der kiste dann ich hoffe ich werde im keller sterben ich werde im keller sterben ich komme in den keller und jetzt komme ich in die wickelphase versuch einfach zu überleben Mario Ich weiß nicht wie du gehst voll die Kinder Kacke ist er noch bei dir nein er kämpft nicht das ist ein guter wenn ich gegen so ein sterbe nehme ich das sportlich ich kämpfe so lange ich versuche dir so viel zeit zu ermöglichen wie möglich aber sobald man ein bisschen die taktrate ändert von seinem lehrtasten drücken ich wollte quasi auf die hand wechseln habe dann kurz mit zwei hinten und dann plötzlich das ist ein Fehler das ist ein bisschen finde ich verwagt ich habe weiterhin lehrtaste gedrückt und es war dem spiel egal Hilfe ich hätte nicht gedacht dass es so schwer ist mit Mac Thomas zu überleben verdammten täglichen Ziele übrigens er war ein generator ja ich bin ich habe vorhin die luke gehört kacke neun bleib um bleib um bleib und und duck 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 hat mich gesehen hat mich gesehen fuck ein beschlagnet mit dich oh fuck ich glaube das war dämlich spring spring das war ein wechsel nein du schwein ok wickel die scheiße raus ich will schneller schneller wickel es geht nicht ok ok nein ich hab verkackt er ist tot allein ich hab alle Tode verantworten nein nicht für meinen für meinen warst du nicht verantwortlich für die anderen drei für die andere jetzt vermutlich schon weißt du nicht doch ja weißt für meinen war nur ich verantwortlich obwohl ja das erste mal nur hab ich weil ich nein naja aber wir haben hier die besten ja naja naja da versuchen wir es dann direkt normal ne also dann würde ich sagen machen wir hier vielleicht ein kleines aber gut es geht ja jetzt schneller ne lädt mich einfach schnell ein Alter was ging bei denen ab oh was wieso wir hatten einen Level 1 und der war richtig gut ja ja aber der war scheiße ja der war halt wegen mir ne nein nein lad mich einfach mal ein dann können wir vielleicht zeigen wie schnell das jetzt geht mit dem das können wir vielleicht wirklich machen ja das ist jetzt ein Traum also muss ich nur das Menü schließen ja und mich einladen das wäre rausgehen ja mal rausgehen dann musst du überleben mit Freunden wieder klicken ja und dann mich aus dieser Vielzahl von Freunden du hast eher einladen ja der Christian einladen und der dann auf fertig drücken damit ich schon mal eine Lobby joiner ohne mich hehehe Christian muss annehmen Christian ist da wir beide drücken fertig wir warten 5 Sekunden aber ist jetzt wirklich ein Traum also weißt du sonst immer so ewig lang gesucht ne und jetzt geht das erheblich schneller natürlich jetzt ja doch doch das funktioniert ich dachte schon jetzt kommt der Vorführeffekt das Gefühl hat sich jetzt gerade auch irgendwie geht ja mal gucken was dabei rauskommt so eigentlich müsste sie also gerade eben war es auch so d der Staat und dann sind wir fertig hey gut wir sind zu drin drei Geschwister und eine Französin eine schwarze Französin ja sowas gibt es auch nein nein das ist der Vorführeffekt also wir haben nicht gesagt dass das jetzt ein Traum ist das kam nicht von uns also es ist äh okay das lag jetzt am Keller wir probieren jetzt noch einmal also eigentlich müsste es immer gut gehen also eigentlich geht es immer schnell ja fertig 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 hoffentlich kriege ich die Limo geöffnet ohne dass es so mega laut wird oh mein Gott sie ist überall in meiner Hose in meiner Unterhose klar es hat funktioniert der Kinder ist da ey vier vier Geschwister oh mein Gott das ist unheimlich ich bin noch nicht da jetzt bin ich da ui sie gucken alle in dieselbe Richtung meckbauer nein ich wollte noch was schreiben und dann schreibt das mit C am Ende ne ist klar meckbom boom bum bum zum schneiden ist das hier vor allem ein Traum jetzt müssen wir nicht mal diese Pause in der Mitte wegschneiden mmmm kann ich das trotzdem machen schnitt, 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 schnitt. Schnitt, schnitt. Nein, ich mach das nicht. Wir haben wieder Schrubblatt. He, hey, hey. Wieseseses, wieseses. Willst du das? Was war das denn gerurch? Willst du das? Weiß nicht. Ich mein ich... Wir sind zu viel. Oh... Womitsse du mir da unten um? Was soll denn der Scheiß? Lesbian power for the win! Ich laufe dir mal hinterher. Und eine andere Sache, wir haben, warte mal. Hey, hast du eigentlich letztens Stacy gesehen? Wie letztens wieder mit Mike rumhing? Wo in die Schlampe? Da draußen nicht jemand rum, von uns. Da draußen nicht noch jemand rum, von uns. Aber weißt du, Stacy, die letztens mit... What? What? Der kann, der kann schleichen. Leck mich, leck mich, leck mich. Alter! What? Christian, helf deiner Schwester. Ich habe keine Schwester mehr. Alter! Hey, Meg hängt am Haken, ich brauche Hilfe von Meg, Meg und Meg. Alter, was war das denn? Alter! Da kommt der direkt so von hinten und packt mich so. Der Mark, der ist schon ein Frauenheld, ne? Der schnappt sich die Weiber aus. Nein! Was? Was ist so für eine scheiß Schwierigkeit von dem? Alter! Ich verrecke hier. Der macht keine Schritte, der macht keinen... Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Meg bei mir. Achso. Bei mir ist auch eine Meg. Also Rezi... Oh, oh, oh. Ja. Nein, 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 nein. Ich folge ihr. Wo ist der? Ich weiß es nicht. Der verfolgt gerade einen von uns. Alter, wie mies ist diese Fähigkeit! Wo seid ihr? Brauche Heilung? Ich geh wieder ins Haus. Okay. Alter, wie mies ist der Typ. Ich weiß nicht mehr wo das Haus ist, ich hab das, ich hab, ich hab ich... Achso, da, nee, das war das andere. Oh Gott, der verfolgt immer noch eine. Der, der, der Typ macht nicht wirklich viele Kreuz. Klicke. Hast du wieder viel Zündung? Ja. Äh, Mario, kannst du bitte mal grad rausgeben und mich rein? Ja, komm weg. Okay, wir haben Zeit. Ähm, ja, ja. Hoffentlich kommen die nicht zu uns. Der Typ ist echt fies. Das könnte gut sein. Nee, da geht woanders hin. Der Typ ist echt fies. Das ist mega, der Hurensohn. Hey, kein Quicktime Event. Komm, wir machen jetzt... Oh fuck, der ist direkt hier um die Ecke, also warte, warte, warte. Nee, ich seh den, ich seh den. Mach du den Generator weiter. Ich halte mal ein bisschen Schmierer. Oh Gott, der hat recht von mir. Ja. Oh Gott, der guckt aber. Okay, er geht. Nee, scheiße. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ja, ich hab eine Fähze nur gemacht, weil ich abgelenkt war. Versuch, versuch sie zu holen. Versuch Mac zu holen. Andi, du bist da hinten. Ist er bei dir? Ich glaube, ich hab ihn jetzt auf mich gelenkt. Okay, sie wurde gerettet. Von Mac. Mac wurde von Mac gerettet. Oh mein Gott. Nein, warte, es ist hinter uns. Es ist hinter uns. Hinter uns. Hä, ich bin schon leider weg. Ich bin bei Blaubob. Oh Gott. Blaubob. Nicht Blaubob. Ich dachte, du wärst das. Oh Gott, Blaubob ist echt am Arsch. Der läuft die ganze Zeit mit der anderen im Kreis und Maum herum. Ja. Okay, mach du den Generator. Der ist jetzt hier. Ja, der kommt zu mir gerade. Der geht jetzt hier zum Haken. Der geht zum Haken. Ich versteck mich jetzt hier im Schrank. Und wenn der weg ist, hole ich hier die eine weg. Vorausgesetzt, der kommt hier. Ja, kommt er. Ich versuch das Feuer auf mich zu ziehen quasi. Ich bin fast fertig mit meinem Generator. Ich weiß nicht, wo er ist. Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Ah, mein Herzchenkopf. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist und ob es gewollt ist. Boa. Teamwork. For the win. Boa. Um. 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 Oh Gott. Alter. Alter, so ein Drecksack. Okay, wir machen das. Was, ich bin tot? Nein. Was? Ey, warum habe ich so ganz komische Krallen um mich herum bei mir und nach dem Namen? Hä? Ich weiß nicht. Du hings schon mal am Haken, oder? Nein? Nein. Nein, stimmt. Keine Ahnung. Ey, da war es so ein Fick. War das denn jetzt? Wahrscheinlich so ein, so ein, so ein, äh. Oh, ich sehe es. Okay. Das war bestimmt irgendwie so eine Kümmerfläche. Der Typ hat nichts. Oh, 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 oh shit. Das ist so, 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 so ein Mike Myers, das ist also keine Ahnung. Das ist echt. Alter, was soll der Scheiß? Wow. Fuck. Ich habe nur ein... Generator. Der ist, der ist der Scheiße. Den hört man nicht. Der ist, der ist schlimmer als ein Geist. Oh Gott. Das ist alle Zeit der Welt. ich glaube das kann in die richtung von dem neuer das war das Prozent er hat sie jetzt aufgehangen das ist ganz anders alles zu der andere ich bin mehr der Verlager war hatte ich habe überhaupt noch generatoren also merkt es bei mir ich bin keine generatoren ich habe da hinten ist noch genau auch ich weiß wo die Luke ist krepiert ihr Bastarde krepiert bitte ihr Max ich will abhauen also bei der Hütte ich weiß auch wer bei der Hütte ist die also bei der Hütte ist der andere auf die andere fokussiert guck nach rechts du siehst mich nicht du siehst mich nicht sehr gut ok das ist ein Generator direkt am Tor ist rechts ist einer ne ist doch nicht der ist scheiße ich mag den nicht können wir den umtauschen er ist bei der anderen die noch verletzt ist ich glaube die kann noch einmal hängen oh man denkt sofort der ist der Teil hier und sie ist down alter ich glaube die kann noch einmal hängen ok sofort Tor auf öffnen und sie holen mach erstes Tor auf nein mach doch kein scheiß nein er kommt er kommt mit aufgeladenem Messer also pass auf ich sehe es leuchtet er geht zum anderen Tor glaube ich ok ich mach schnell ok scheiße einer muss sie hier eigentlich holen holt sie die andere er holt Maxi also mit der andere Mac äh andere Mac wird verfolgt oh ist die eine runter vom Haken nein doch ne doch nicht verdammt sorry die krieg ich nicht mehr ja und Mac ist auch jetzt angehittet ich hätte sie vorher holen sollen scheiße aber ich 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 Max sollte zu deinem Tor kommen dann überlebt sie es noch ok sie wird sterben sie wird sterben ja das war's hallo also alter was du bist einfach direkt bei Mac hau nicht ab hau noch nicht ab die ist sofort tot wenn sie am Haken achso oh hast du es noch im Blick gehabt bei allen Macs ja ja Blaubob hing schon zweimal ähm ok 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 war das so gemeint ähm Alter hier ist diese entkommen nein scheiße ich hätte ich hätte selber entkommen müssen verdammt da hätte ich jetzt abhauen können alter ihr schafft es beide ihr schafft es beide das geht zum ausgang die ist auf jeden Fall weg Mist äh 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 da sie ich dachte wer noch hinter der typ also in der frau er ist sofort gestorben nachdem wir der nachdem er beim hakt tja das war es mit der ersten folgen oder warte ich kann ja nicht schreiben klar das war es jetzt mit der folge ja aber ich dachte ich der wer noch hinterher das hat das war doch nicht oder weil es auch durchziehen ich dachte jetzt wird in der rege wieder zurückrennen damit ich weiß es geht doch nicht du bist da und dann muss doch durchziehen Prozent egal ich hatte auch dass der Typ irgendwie das Prozent zu spät bemerkt oder dazu so lange braucht es mehr wir sehen uns die war schon was so wollen wir sehen uns in der nächsten folge tschüss